Und das andere, das ist an der Côte d'Azur. Und da geht es heute... Ja, nachdem du letzte Woche, oder war es vorletzte Woche, den guten hier... Den Nelson. Ja, ich glaube, du hast den guten Nelson nämlich irgendwie im Hinterkopf gehabt, als wir über Wellington gesprochen haben und die ganze Zeit über Schiffe. Und heute wird es endlich wieder Geschichte ungenügend maritim. Ach, wie schön. Also ein bisschen. Also eigentlich die ganze Zeit. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit der Birk, Xavier, Unsinn und Janni im Hof. Labern Sie nicht ins Intro rein, sondern lesen Sie Ihren Podcast vor. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend. Einem heiteren Geschichtspodcast, wo ich, Janni im Hof, jede Woche eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte ausgrabe und sie euch und meinem Gegenüber, der vollkommen unvorbereitet ist, erzähle. Und mein Gegenüber ist jede Woche der Braunkohlebagger der guten Laune, der Mönch von Lutzerat, Abel-Chavier-Unsinn. Schönen guten Tag allerseits. Ich hatte hier sogar stehen, Abt-Abel-Chavier-Unsinn, das wäre auch ganz witzig gewesen. Hast du das gesehen? Das Abbaggern? Abbaggern-Kostüm, nicht beim Abbaggern, sondern bei den Protesten in Lutzerat. Die Polizei ist mangels Bewegung und wegen schwerem Gerät, glaube ich, oft mit irgendwie bis zu den Knöcheln im Matsch standen. Die sind im Matsch gelandet, ja, ja. Ja, und da war so ein Typ in so einem superschlechten Mönchskarnevalskostüm, der die rumgeschmissen hat. Achso, das habe ich gesehen, ja. Ich habe so einen zwei-sekündigen, ich glaube, früher hießen die Dinger, wie hießen die nochmal, diese diese Fünf-Sekunden-Videos? Ich habe gerade vergessen, Wein? Genau, ein Wein. Wein, ja. Ja, oder halt so Western von gestern, also die Keystone-Cops. Über die Keystone-Cops haben wir in der Folge über Fatty Arbuckle gesprochen. Heute auch um Matsch. Heute geht's, nee, heute habe ich gerade Matsch vorzulesen, das sind hier Seven Pages. Und damit Abel nicht gleich weiß, wovon die Rede ist in der Folge, führe ich ihn manchmal noch auf die falsche Fährte und ein bisschen hinter das Licht. Das geht erstmal um ein anderes Thema und zum Ende der Episoden sprechen wir immer noch darüber, wie sich das historische Thema so in der Popkultur niedergeschlagen hat. Und die Popkultur-Referenzen findet ihr in unseren schludrigen Playlists auf Spotify. Die Musik findet ihr in unserer sehr guten Playlist auf Spotify. Richtig. Die YouTube-Playlist habe ich jetzt länger nicht mehr angefasst, muss ich mal wieder ran. Ach, und sagt uns mal, ob ihr unseren Podcast auf YouTube hört, weil ein paar Leute machen das. Ich würde mal gerne wissen, ob sich das noch lohnt, also ob sich das lohnt, ob ihr da Bock drauf habt. Die Kongo-Müller-Folge, die geht immer ganz gut, aber da brechen die Leute irgendwann ab, wenn die merken, dass wir Kongo-Müller nicht abfeiern. Also sieht man genau in den Analytics-Daten, die sind ja blöd. Sogar kein reaktionärer Scheiß da. Gleich Hasskommentar, keine Ahnung. Ja, und ebenfalls in den Shownotes findet ihr noch einen Link zu buymeacoffee.com, eine Spendenplattform, wo ihr uns unkompliziert und an der Steuer vorbei unterstützen könnt, damit ich auch weiterhin teure Energydrinks mit fragwürdigen Geschmacksrichtungen testen kann. Oh ja, was hast du denn heute am Start? Bier. Hop Bio-Keller-Bier, ja, weil wir haben fast 21 Uhr, da denke ich jetzt nichts mehr hochkoffeiniertes. Wenn ihr das, wie von Janni gerade aufgefordert, uns mitteilen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an Geschichte ungenuegend als gmail.com ungenuegend oder ihr schreibt beim Twitter an ungenugend. Das ist unser Handel beim Twitter. Ja, heute sprechen wir nochmal kurz über Dave Bautista. Ach je. Wir haben ja letzte Woche auch schon kurz gemacht. Ja. Der Bautista-Cast, wo ich jede Woche das Gleiche über Dave Bautista erzähle, der kommt am 18.1. 1969 in Arlington, Virginia zur Welt. Mhm. Den Nachnamen hat er von seinem philippinisch-stämmigen Vater. Die Mutter ist griechisch-stämmig. Mhm. Die Eltern sind beide Working Class und der junge David wächst in einem jetzt nicht so tollen Viertel von Arlington auf und gerät schnell, ich glaube allgemein schiefe Bahn nennt man das. Also erster Autodiebstahl mit 13. Ist Arlington eher Ecke Houston oder eher Ecke Dallas? Virginia, nicht Texas. Virginia. Ich habe Texas im Kopf gehabt. Da will ich nicht weiterfragen, weil ich weiß nicht, welche Städte in Virginia sind. Das ist sehr gut, dass du da nicht weiterfragst. Tu doch für heute die Folge nichts zur Sache. Er sitzt, er kriegt dann einfach die ein oder andere Bewährungsstrafe, glaube ich, insgesamt ein Jahr, sitzt aber nie im Knast und wird gegen Ende der 90er Jahre dann sehr namhafter Wrestler unter dem Namen Batista, nicht Bautista. Wird insgesamt sechsmal World Heavyweight Champion und ruckzuck nach der Karriere mindestens so groß, wenn nicht sogar noch größer als Dwayne The Rock Johnson, der andere, der sich nach Hollywood erfolgreich aufgemacht hat. Hast du, kennst du ein paar Filmrollen, in denen der gute Dave Bautista mittlerweile? Ja, sowas würde mir nicht auffallen. Ich hätte es auch nicht gewusst. Du hast es mir gesagt in diesem aktuellen Film, Glass Onion Film, ist der da irgendwie bei. Wahrscheinlich habe ich den mal gesehen, aber mir wäre der nicht aufgefallen, weil ich den als Westlaw nicht kenne. Ja, ganz klassischer Einstieg in den Blockbuster-Film, nämlich als Scherge vom Bond-Bösewicht. Ah, das gleiche solcher Art von Filmen, also nicht so Superhero-Movies, sondern eher so in klassische Franchises. Dann von dem einen, ja mittlerweile ist das Marvel Cinematic Universe ja auch ein klassischer Franchise fast schon. aber da passt ja so ein Wrestler eher rein in dieses ganze Hautrufgedöns und Action-Geballer, als in so einen James Bond, der ja dann ja vielleicht eher ein bisschen weniger die Action der einzelnen Leute darstellt, sondern eher over-the-top Storytelling hat. Aber bei Marvel spielt er natürlich auch mit, nämlich Greggs, einen der Guardians of the Galaxy, der grüne, muskulöse, der keinen Spaß versteht oder der keine Ironie versteht. Das ist immer, und da haben sie dann festgestellt, oh, der kann das ja, dieses Schauspielern. Und dann meinte, er würde sich auch auf seine Rollen überhaupt nicht vorbereiten, sondern einfach mal losmachen. und ich glaube halt wirklich, dass einem auch so eine Wrestling-Karriere mit dem, was man am Mikrofon macht und was man körperlich da macht, eigentlich einen für das Marvel Cinematic Universe ganz gut vorbereitet, wenn man halt gar nicht über ist. Ja. Ja, so, jetzt aber Schluss mit dem Batista-Cast, da kommen wir später nochmal zurück, denn heute geht es eigentlich erstmal wieder nach Japan. Aha. In unserer dritten bis vierten Japan-Folge tatsächlich. Ich hab da ein bisschen einen Fimmel. Sehr gut. Was waren die anderen Japan-Folgen nochmal? Wir hatten auf jeden Fall die Expedition in die Antarktis mit dem Pinguine-Schubsen, das fand ich sehr gut. Ja. Und dann hatten wir noch die Atom-Raketen-Explosions- verstrahlten Fischer. Ja. Das weiß ich noch. Ja, und Japan verwandt war die Nordkorea-Folge mit unserem guten Antonio Inoki, Friend of the Show. Heute gehen wir aber in die frühe Neuzeit und wir reden über jetzt entschuldigt meine japanische Aussprache mal wieder. Ich hab nicht gefunden, ich hab keine Phonetics gefunden und auch keine Aussprache-Beispiele. Ich spreche ihn wahrscheinlich einfach stumpfdeutsch aus. Hasekura Rokemon Tsunenaga. Und Hasekura ist der Nachname, also der Familienname, der wird in Japan zuerst genannt und wir nennen ihn den Rest der Folge glaube ich am besten Hasekura oder Hasekura oder Hasi, denn er ist nämlich tot und kann sich nicht mehr wehren, weil er ist schon 1571 geboren worden. Sehr gut. Ja, mit Batista mache ich das nicht, dann kommt er vorbei. Ja. Und ja, ich glaube, das hilft den wenigsten mit den Namen und Orten in Japan. Ich versuche das so easy peasy wie möglich zu machen mit den Dörfern und den einzelnen Präfekturen und so weiter. Was wir aber wissen sollten ist, er ist im Norden der Insel Honshu geboren, das ist die größte japanische Insel und er kommt aus einer adeligen Familie und wie so oft, wenn sich hier die EuropäerInnen hinsetzen und sowas schreiben, Adel, das bedeutet im Japan des 16. Jahrhunderts nicht das gleiche wie im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Also da werden halt auch Wörter wie Feudalismus und so weiter benutzt und ich glaube, das ist eine ganz gute Annäherung und Krücke, weil wir können ja sowieso nicht so tief einsteigen. Darf ich da was nachfragen oder weißt du da genauso wenig wie ich? Ja, dann leg mal los. Naja, weil du das gerade sagst, finde ich ja wichtig, das Feudalsystem in Europa kennt man ja, da ist dann irgendein König, der verteilt seine Landschaften an irgendwelche Untergrafen oder was auch immer und der Fürst sitzt da halt auf seinem Schlösschen oder seiner Burg oder seinem kleinen Landsitz und ihm untergeben sind halt die Bauern, die halt in seiner Landesding wohnen und die den Brücken Zehnt abliefern und vor sich hinackern und so kriegt er da sein Brot wie auf den Tisch und alles mögliche. Ja, okay, dann ist es doch genau gleich. Ja, dann ist es doch genau gleich. Also das Prinzip haben sie da schon auch. Also du hast da, bis als Adeliger bist du halt Landbesitzer und besitzt die Leute, die auf deinem Land wohnen. Ja, du hast den, ja, du hast oben den Kaiser, auch von göttlicher Fügung, den Tenno. Dann hast du den, aber da sage ich später auch nochmal was zu, in unterschiedlichen Zeiten, den Shogun. und dann hast du, was Hasekura ist, ein Samurai. Ich kenne Samurai eigentlich, hätte ich mir das vorgestellt, so entfernt wie ein europäischer Ritter. Nämlich ein waffenfähiger schon Adeliger. Damit muss der ja auch Landbesitzer haben oder zumindest irgendwas haben, wo der halt seinen Rittersitz hat oder seinen Samurai-Sitz oder wie das da auch mal heißt. Ich weiß aber gar, selbst bei Rittern weiß ich gar nicht so ganz genau, was eigentlich den Ritterstatus ausmacht, wenn gerade kein Krieg ist. Das hat ja immer so was Kriegerisches. Ja. Ob das nicht einfach ein Stück normaler Adeliger ist, der im Krieg dann halt mit Untergebenen halt für den König oder wen auch immer in die Schlacht zieht als Ritter. Ja. Und so stelle ich mir das halt auch vor, das ist ein normaler Typ und dann ist Krieg und dann ist er halt Samurai oder so. Das reicht für unsere heutigen Belange, glaube ich, völlig. Ja. Also er hat, ja, die kriegerische Aufgabe und das ist halt sozusagen ein erblicher Militäradel. Oh, da gibt's Leserpost, glaube ich, für die Folge. Und ja, wenn Frieden ist, dann machen die auch was anderes. Bleiben wir aber erstmal bei Hasekura. Über den wissen wir nicht so richtig viel aus der ersten Hälfte seines Lebens. Einzig, dass er als Krieger, also als Samurai, an der japanischen Invasion Koreas im Jahr 1597 teilgenommen hat. Die haben also offensichtlich schon längeren Fäbel gehabt, Korea. Das kommt, ich glaube, egal in welcher Epoche ich eine Folge starte, wird Korea, kommt da nicht gut weg. Ja, frag mich bitte nicht weiter nach dieser, nach dieser Invasion jetzt spezifisch, aber vielleicht sozusagen um es in der Zeit, das Zeitalter der Entdeckungen und auch der Kolonisierung durch europäische Mächte, so ist Japan dann, ja, mitunter halt auch eher Kolonizer als kolonisiert. Okay, also das kann ich mich noch nicht ganz zurückhalten. Ja. gerade im Zuge der, der europäischen Kolonisierung, Kolonisierung in Anführungsstrichen der Welt, hat sich Japan ja immer total abgeschlossen bis ins 19. Jahrhundert rein, das weiß ich zumindest. Ja. Das heißt, die haben aber dann schon selber schon nochmal geguckt, wen sie da so unter ihre Kandare kriegen. Zumindest 1597. okay. Wir sind, aber das ist, du bist genau auf der richtigen, genau die richtige Wellenlänge, genau der richtige Rahmen. Genau, wir werden irgendwann die Abschottung Japans kriegen, aber erst in drei, vier Seiten. Ah. Ja. Macht euch einen heißen, Kakao, nehmt euch eine Decke, lehnt euch zurück, das wird hier eine längere Sitzung. Ja, das ist aber auch wirklich das Einzige, was wir aus seiner ersten Lebenshälfte wissen. Sein Vater, der wird irgendwann später der Korruption bezichtigt und zum Tode verurteilt werden. Mhm. Und ja, im Prinzip hat Hasekuda sowas, was man irgendwie in der Generation Praktikum früher bei uns als Lücke im Lebenslauf bezeichnet. Deshalb zoomen wir erstmal raus und gucken so ein bisschen von oben auf das, auf das 16. Jahrhundert. Kolonisierung hatte ich schon mal angesprochen, so das Zeitalter der, zumindest aus der europäischen Perspektive, das Zeitalter der Entdeckungen. Mhm. Ja, das war alles schon vorher entdeckt, da lebten Leute. Aber so? Wie, was? Was? Ja. Das sind doch alles NPCs gewesen. Ja, die dann gefarmt wurden, wie zum Beispiel in unserer Doppelfolge über die Welser in Venezuela. Genau. Und über die Kolonie. Da haben wir, glaube ich, zum letzten Mal über die Kolonisierung des amerikanischen Kontinentes und den Seeweg nach Asien beziehungsweise Indien gesprochen. Und da steigen wir mal ein. Christoph Kolumbus hatte ja Kuba als Japan bezeichnet. Auf seiner, ich meine, das war seine erste Reise. So nach dem, oder ja, das muss jetzt aber Japan sein. Aber um die 1550er war man dann schon ein bisschen schlauer. Und es gab eben das, wo auf dem heutigen Gebiet von Mexiko gab es Neu-Spanien. Und das wurde auch immer besser erschlossen. Und also, naja, vor allen Dingen halt den Einwohnenden abgenommen, die dann unterjocht und besiegt wurden. War ja auch eine Hochkultur da. Und dementsprechend floss jetzt aber auch das Edelmetall, insbesondere Silber aus Neu-Spanien raus. Und das Ganze nicht nur über die Karibik und den Atlantischen Ozean zurück nach Europa, sondern auch, und darüber habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, von der Westküste Mexikos in Richtung Westen. Und da insbesondere über den von den Spaniern als Pazifischen Ozean bezeichneten Ozean. Ja. Und es hat ja die Wellen gibt, also friedlich. Ja. Ja, ja, ja. Und der Schwerpunkt der Spanier war Manila auf den Philippinen. Ja. Also da wurde Silber aus Neu-Spanien auf die Philippinen gebracht und dort Gewürze und Handelswaren erworben und die gingen dann entweder nach Europa oder zurück nach Neu-Spanien. Ja, ja. Insbesondere in den Hafen von Acapulco. Ich denke, Loco in Acapulco von Ich meine Huey Lewis and the News, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, das kenne ich sehr gut. Das kennst du sehr gut. Ach so. Ich könnte es fast anansingen, glaube ich, aber das würde ich nicht machen. Okay. Nein, ich hatte gerade noch mal, ich war da ein bisschen gerade abwesend, weil ich noch mal kurz mich erinnern wollte, ab wann eigentlich klar war und wodurch, also mal gelahnt war doch der mit der ersten Weltumrundung und dann war das schon Anfang des 16. Jahrhunderts, also gar nicht so lange nach Kolumbus, dass der dann tatsächlich mal den Weg ganz rum gemacht hat und damit klar war, wir können einfach von der anderen Seite auch weiterfahren. Das ist natürlich aber krass voll weit, um Amerika, um Südamerika da rum zu segeln und wenn man sowieso schon da ein Land hat, dann sind die auch oft einfach sehr, einfach mal durch. Und das wurde, dieser Seeweg über den Pazifik wurde mit den sogenannten Manila Galleonen gemacht. Ja. Und da irgendwo in der Nähe, in Ostasien, ist auch Japan. Richtig. Und der Kontakt zwischen Japan und Spanien, über den wir jetzt viel sprechen werden, kam durch Zu- beziehungsweise Unfälle zustande. Und er wurde auch gewissermaßen von der Konkurrenz nicht gerne gesehen. also in den 1540ern bemühten sich sowohl die Niederlande als auch die Portugiesen um ökonomische Beziehungen mit Japan. Mhm. Weil man hat da relativ schnell festgestellt, oh, die Leute sind jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie indigene Völker auf einem Bronzezeit-Attack-Level, sondern, oh, okay. Ja. Also da hat man sich dann schnell was anderes überlegt. Und dann gab es den relativ neu gegründeten Orden der Jesuiten, die sich um die Missionierung aller möglichen Leute gekümmerten und dementsprechend auch die JapanerInnen. Aha. Ja. Das haben die Japaner bestimmt gerne gesehen. Teils, teils. Und da sprechen wir auch nochmal drüber. Und also die, auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es immer mal wieder diese Kontakte. Und, aber eine relativ wichtige Sache, das ist, passiert 1609, ich springe ein bisschen vor, da havariert vor der Küste Japans in der Nähe des heutigen Tokio die spanische Galeone San Francisco. Mhm. Captain Rodrigo de Vivero und seine Crew werden gerettet. Und Vivero, der war eine große Nummer, der war zwischendurch mal auch Gouverneur der Philippinen oder Vize-Gouverneur. Und der trifft dort Tokugawa Ieyasu. Und Tokugawa ist ein Big Deal in Japan. Er ist der Shogun, also der Militärherrscher von Kaisers Gnaden und Begründer des Tokugawa-Shogunats. Also militärische, aber auch zivile Verwaltung. Und das Äquivalent in den Artikeln, die ich gelesen habe, das ist eine Art Herzog. Also da hast du es halt wirklich auch sozusagen, da haben wir so irgendwie das japanische und den mitteleuropäischen Adel irgendwie, damit man sich da was zu denken kann, übereinandergelegt. Ja. Und nach außen hin, fand ich ganz lustig, war der Titel des Shoguns, nicht Shogun, sondern Tycoon. T-A-I-K-U-N und daher kommt tatsächlich das heutige Wort Tycoon, das wir benutzen für so Railroad-Tycoon oder Börsen-Tycoon. Ja. Und der Shogun und der Käpt'n aus Spanien dealen was aus und am 29.11. 1609 gibt es den ersten Vertrag zwischen Japan und Spanien und es ging um Schürfrechte für die Spanier und dass man Bergbauingenieure aus Neu-Spanien nach Japan bringen kann und danach Silber buddeln und umgekehrt auch um die Einrichtung einer japanischen Botschaft am Spanischen Hof. Hm. Ja. Und die Japaner hatten das nicht so drauf mit den Schürfen oder die haben gesagt, ist doch schön, wenn hier investiert wird und jemand uns hier das Silber aus dem Boden buddelt. Du, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten vielleicht nicht den Edelmetall-Hype wie der europäische Kontinent, aber kann ich dir auch nicht sagen. Weil das ist auch eher so die Vorgeschichte zu unserem Gelöt. Ja. Die 1610 segelt eine japanische Delegation mit dem havarierten Käpt'n nach Neu-Spanien und der Vizekönig von Neu-Spanien Luis de Velasco schickt den Entdecker, ihr müsstet die Namen alle nicht merken, ist nicht klausurrelevant, und schickt den Entdecker Sebastian Viscaino als Botschafter nach Japan. Und Viscaino benimmt sich so richtig daneben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, wir haben ja alle so ein Klischee über Japan, dass es relativ leicht ist, sich da daneben zu benehmen, weil es so ein paar Konventionen gibt, die auch nirgendwo stehen, die man nirgendwo nachlesen kann, sondern dass man halt erst irgendwie schief angeguckt wird, wenn man sich daneben benommen hat. Wie das ja mit Konventionen so ist, bevor es Reiseführer gab. Ja, und die gab es da nicht mehr, aber der hätte gut eingebrauchen können. Es wird jetzt seine Verfehlungen, die werden jetzt nicht konkret genannt, aber die Beziehungen mit dem Shogun und das gerät alles total ins Stocken und er fällt wohl permanent negativ auf und die Niederländer haben sie ja Lonely Planet nicht dabei, Herr Velasco. Und die Niederländer pushen auch als Konkurrenz und so dieses Christentum und diese Christianisierung, das finden auch nicht alle super im japanischen Adel. Die sind da ein bisschen zwiegespalten. Und ja, für mich kam dieser Viscaino so ein bisschen nachher wie so diese Mordbuben-Conquistadoren aus der Welser-Episode. Wir sind eh die Geilsten und das hier sind eh alles kulturlose Gedönse und da haben wir sowieso nichts zu sagen. Ja. Und dann macht der Conquistador doing Conquistador things. Er gibt Japan mehr oder weniger auf und segelt mit seinen Schiffen nach Osten, um die Isla de la Plata zu finden. Die Insel des Silbers. Nach Osten. Ja. Von Japan aus. Ja. Was ist denn da? Ach, viel Glück. Ja. Nichts. Irgendwann ein bisschen Hawaii und dann wieder nichts. Das ist weit südlich. Ja, ja. Nee, da ist erstmal nichts und schlechtes Wetter und er kehrt dann mit seiner beschädigten Flotte und wahrscheinlich, wie man im Fahrschrank sagt, so klein mit Hut wieder nach Japan zurück. Ja, aber der war einfach da mit ein paar Leuten war der eigentlich der Gesandte. Der sollte sozusagen, der Mann Spaniens am Hofe des Chokouns sein. Und das war ihm zu doof. Und der war offenbar zu doof. Ihm war das zu doof. Aber das ist auch ein bisschen, das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Geschichte, die du in Südamerika hattest, die wir da vor ein paar Wochen gemacht haben. Und das kann ich mir auch ein bisschen eher vorstellen, dass es natürlich keine Welt ist, wo irgendwie die Handels- und Beziehungswege schon selbstverständlich sind, sondern der kommt da halt in irgendeinem Land an, was für ihn wild, fremd und kulturlos ist. Und dann denkt er halt, dann greife ich mir mal irgendwas, wie die das in Südamerika ja auch gemacht haben. Dann haben wir nicht gewartet, bis irgendwann der nächste Gesandte kam, sondern sie sind alle selbstständig in die Berge gezogen, um Eldorado zu finden. Und so ein bisschen das gleiche Mindset, neu deutsch gesprochen, scheint er ja auch drauf gehabt zu haben. Stimmt. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie den Grundstein für eine große japanisch-spanische Beziehung legen, sondern ich will meinen eigenen Return. Genau. Ja, exzellenter Punkt. Ja, und der Shogun überlegt sich, ja Moment, also wie werden wir den jetzt los? Und da kann er jetzt, und er überlegt sich, dass man jetzt eigentlich irgendwie zwei Fliegen mit einer Schiffsreise, also Klappe, also der Vergleich hinkt ein bisschen. Und er lässt nach spanischen Bauplänen, die leicht modifiziert werden, ebenfalls eine Galeone bauen, um zum einen diesen Viscaino wegzuschiffen und zum anderen seine eigene diplomatische Mission jetzt loszuschicken. Eine Delegation zu diplomatischen Zwecken erst nach Neu-Spanien und dann war 1609 ja auch schon vertraglich festgelegt, dass man auch eine japanische Botschaft dann, dass man das auch in Europa haben möchte. Das Schiff bekommt den Namen Date Maru. Date ist ein Familiennamen und Maru, haben wir schon gelernt, ist einfach Schiff, oder? Maru heißt Schiff, genau. Das Schiff von Date. Und das Schiff bekommt auch einen spanischen Namen und da lösen wir die falsche Fährte schon mal auf. Das ist nämlich die San Juan Bautista. Ah ja, sehr schön. Die ist nämlich auch groß und breit. Und tätowiert. Nein. Wer ist San Juan Bautista? Keine Ahnung. Der heilige Johann ist der Täufer. Ach so, logisch. Wusste ich auch nicht bis zu diesem Artikel dann. Das Schiff hat eine Länge von 55 Metern, damit man sich das mal vorstellen kann. Ja, das ist wirklich nicht klein. Bewaffnung, Kanonen weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall richtig viel Stauraum, weil das ist halt eine Galleone und diese Galleonen sind halt zum einen irgendwie, ja, kriegerisch, aber in erster Linie halt um schweren Shit über die halbe Welt, um die halbe Welt zu bringen. Und der Provinzfürst, ich habe jetzt seinen Adelstitel gar nicht, aber sozusagen zwischen dem, er ist der Lehnsherr von unserem Hasekura und er ist Untergebener vom Shogun. Das ist nämlich Date Masamune. Ach, der mit dem sein Schiff. Das ist sozusagen dem sein Schiff und er hat vom Shogun den Auftrag bekommen, organisiert das mal, wir müssen da jetzt rüber und er ist nicht selber gefahren. Er hat gesagt, wir schicken unseren besten Mann. Er konnte nicht. Und dann haben sie, nein, Quatsch, Hasekura Tsunenaga, unser Mann, unser Mann, der war in Korea. Unser Mann am Rofen. Der kann das, der hat da Bock drauf. Der hat auch eine gewisse Affinität zum Christentum. Weil der das schon da kennengelernt hat irgendwie. Ja, genau. Es gibt ja diese Jesuiten, die die Mission machen und es gibt halt immer mal wieder so spanischen oder niederländischen Influx da. Ja, da komme ich gleich wieder dazwischen, aber da kannst du natürlich auch nichts zu sagen. Aber fällt mir auch, wie spannend das eigentlich wäre, mal rauszukriegen, was haben sich eigentlich die Japaner zu der Zeit, was für eine Vorstellung haben die eigentlich für eine Vorstellung von Europa gehabt? Also allein geografisch haben die da auch, so halbe Karten gehabt, die dann irgendwo bei Afrika abbrechen? Oder wissen die, was England ist oder so ein Zeug? Ja, das war also ein kleiner Punkt. Oder was denken die über diese wilden Europäer? Ja, da ist ein guter Punkt. Ich habe so ein paar Sachen. Nämlich eine gleich ganz direkt, wenn wir das Schiff dann mal besatzen. Aber erst mal, er soll das organisieren und erst mal nach Neu-Spanien segeln und da auch Handelsbeziehungen aufbauen und dann soll er weiter den spanischen König in Madrid treffen und dann möchte er noch was in Europa machen oder soll noch was in Europa machen, nämlich Briefe mitbringen. Und wo soll er noch hin? Zum Papst? Genau, er macht es wie der Lotto-Gewinner Erwin Lindemann. Eine Herren-Boutique. In Düsseldorf. Wuppertal. Wuppertal. Das gab es damals noch nicht. Was? Wuppertal? Wuppertal? Ist das eine römische Gründung? Nein. So, das gucken wir jetzt nach. Kann es sein, das hat Sekuro zusammen mit dem Papst in Wuppertal eine Herren-Boutique eröffnet. Und Wuppertal... Ach so, Quatsch, Mann. Wuppertal ist doch total neu. Wuppertal ist keine 100 Jahre alt. Durch die Vereinigung der kreisfreien Städte Elberfeld und Barmen ist Wuppertal entstanden. Okay. Gut, vielleicht führt das auch ein bisschen zu weit von unserem Thema weg. Eine Audienz beim Papst. Er hat Briefe dabei. Und in den Briefen wird... Es geht da grob um zwei Sachen. Zum einen sagt Masamune, der die Briefe geschrieben hat, sagt, okay, wir brauchen... Der ist ein Provinzfürst. Also sowas wie, keine Ahnung, stell dir vor, du hast irgendwo den Kaiser und dann hast du irgendwie irgendeine Pfalz. Logisch. Ja, ja. Und Masamune, der sagt, ja, Mission schickt uns so viele Padres, wie ihr habt. Okay. Und er sagt, ja, wir wollen hier auch ökonomische Beziehungen aufbauen. Wir wollen hier Handelsbeziehungen. Und da geht es halt nicht um, dass die bei indigenen Leuten irgendwo auflaufen und alles wegnehmen, sondern da haben die sich schon vorgestellt, dass man sowas halt irgendwie auf Augenhöhe mit einem Return für beide betreibt. Und das geht sowohl an die spanische Krone, die zu dem Zeitpunkt ja auch die deutsche, also die heilige römische Reichkrone, wenn mich alles täuscht, und an den Papst ebenso, der ja auch noch einen Kirchenstaat hat zu dem Zeitpunkt. Ja, so ein bisschen in Italien da, ja. Darum, genau. Also okay, also schon, ja, aber ja. Ja, beim Papst geht es halt mehr so um den, wir waren mal Papst, wir haben da hier den Big Boy getroffen und zum König ist man dann eben wegen der Handelsbeziehungen. Und 1613 sticht man also mit der San Juan Bautista beziehungsweise Date Maru in See insgesamt 160 Menschen an Bord. Krass. Darunter zehn Samurai des Shogun. Mhm. Zehn Samurai, die Date Masamune unterstanden, also die dann an unseren Hasekura reportet haben, sozusagen alle, aber halt eben auch alles Krieger. Die sind diejenigen, die, das kennt man vielleicht auch aus der Popkultur, die zwei Schwerter tragen dürfen. Ein langes und ein kurzes. Ah, okay. Und die haben... Wollte ich gerade sagen, weil die Vorstellungen von Samurai sind einfach so durchtränkt von dieser ganzen, also ich kenne hier fast ausschließlich aus der Popkultur, dass wirklich wahre historische Hintergründe echt schwer... Ja. Ja, wobei die Uniformen, das ist schon so, also das machen die bei Ninjago gar nicht schlecht. Daher kenne ich viel Samurai- und Ninja-Gedöns zwangsweise. Ähm, ja, ebenfalls an Bord und da kommen wir vielleicht zu dem Bild der JapanerInnen, ähm, nämlich 40 südliche Barbaren sind noch an Bord. Südliche Barbaren? Ja. Hast du eine Idee, wer damit gemeint ist? Das heißt, äh, äh, das heißt aus Sicht der Japaner Barbaren. Ja, die offiziell sind sogenannte südliche Barbaren. Südlich, da fällt mir vielleicht sowas ein, wie, 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 wie ein polymelanesisches Gedöns-Zeug? Die meinen... Das ist zu weit weg. Die meinen die Spanier und Portugiesen, weil die kommen immer von den Philippinen hochgesegelt, die kommen aus dem Süden, und das, das hat dann die südlichen Barbaren. Sehr gut. Ja, ich meine, klar, die sind dann auch alle, ich meine, einmal sind es Seeleute, und auf der anderen Seite sind es Europäer. Und das sind halt wieder, hatten wir auch drüber gesprochen, das sind eher die Ungewaschenen. Absolut. Das sagen ja auch die indigenen Einwohner dann von den Amerikas. Boah, waren die dreckig. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja, genau. Aber man hat trotzdem irgendwie 40 Schmutzfinken an Bord und einer von diesen Schmutzfinken ist der Viscaino. Der fährt da als einfacher Passagier mit zurück und muss sich, glaube ich, richtig was anhören. Ich habe dem nicht weiter nachgespürt, aber ich glaube, das war ja alles in allen Teilen nicht so erfolgreich. Ja. Nach drei Monaten auf See landet man an im schönen Acapulco. Und da gibt es, da bleiben sie dann auch eine Zeit lang. Die Japaner, die japanischen Händler fangen an, halt ihre Handelswaren da zu verkaufen. Und es gibt auch noch Gastgeschenke für den Vizekönig von Neu-Spanien. Und irgendwann, relativ kurz nachdem sie angelandet sind, entspinnt sich ein Streit zwischen Viscaino und einigen der Samurai. Und es geht wohl auch um... Statt der Viscaino ja auch irgendwie Übungen drin zu haben. Ja. Und das wissen wir. Und da möchte ich mal kurz über die, hier dieser Historiker-Kram wieder, kurz über die Quelle sprechen. Und das wissen wir aus den alten Auszeichnungen des aztekisch-stämmigen Historikers. Oh Gott, ich habe schon mit den Japanern Probleme. Kimal Pahin Kwa-Haut-Le-Huenantizin. Spannend. Ja. Spannend, also allein schon diese Lebensgeschichte würde ich gerne mal hören. Das ist also quasi ein indigener, wie heißen die denn da? Aztheke. Aztheke, ja. Und der wurde dann offensichtlich da von den Spaniern europäisiert. Die wurden dann erobert und europäisiert. Der schreibt es auf Spanisch oder auf Latein. I don't know. Hat aber offensichtlich die Möglichkeit gehabt, so einen Weg einzuschlagen. Ja, die brauchten ja, wie gesagt, die Colonizer, das sind ja alles nur so 15 Dudes mit Syphilis und einer Muskete. Und da brauchst du halt eine lokale Elite. Und unser Man war zumindest Geschichtsschreiber. Und er berichtet uns von einer Auseinandersetzung zwischen Viscaino und den Samurai, an dessen Ende wohl Viscaino ordentlich vermöbelt worden ist und wohl auch einige Verletzungen durch Klingenwaffen mit sich trägt. Führt dann dazu, dass die meisten japanischen Händler dann keine Waffen offen mehr in Mexiko tragen durften, sondern nur noch ausgewählte Samurai. Weil höherrangig, ja. Aber es ist wirklich halt, es ist auch wie so ein kommenden aztekischer Historiker, ein Konquistador und ein Samurai in die Kneipe. Beziehungsweise. Ja, genau. Also einfach diese völlige, wir sprechen ja dauernd drüber, dass gleichzeitig auf der Welt sehr unterschiedliche Dinge passieren. Und wenn sie dann einander treffen, gibt es halt solche irrwitzigen Momente. So, aber jetzt genug Acapulco. Nach zwei Monaten ist die Gesandtschaft weiter nach Mexiko City. Und da lassen sich schon etliche der mitgereisten Japaner taufen. Und Hasekura sagt, aber er möchte das lieber erst in Europa machen. Okay, aber hat schon auch ein Interesse dran. Er will das unbedingt machen. Ja, ja, der findet das gut. Weil die sind bis dahin alle, oh Gottchen, Shintoismus ist das das? Genau. Dann geht es weiter nach Veracruz, Karibikküste, glaube ich. Und an Bord einer anderen Flotte. Also die San Juan Bautista, die fährt dann weiter über den Pazifik. Ja. Hasekura reist nur mit etwa 30 Leuten weiter. Also jetzt die einfachen Händler sind ja jetzt, glaube ich, nicht mehr mehr dabei, sondern halt eher die adligen Krieger. Über Kuba geht es dann über den Atlantik. Und am 5. Oktober 1614 treffen die Japaner in Spanien ein. Nochmal kurz, um nochmal die Zeiten heraufzuhaben. Wann sind die aufgebrochen? Um 11? 11? 12? Wir sind aufgebrochen 13. 13. Also schon so ein Jahr. Ja. Genau. Also klar, die so die... Also ich glaube, von Japan nach Acapulco werden hier drei Monate veranschlagen. Ich finde es schon lang, aber Pazifik ist auch recht groß. Ja. Aber wie gesagt, das dauert seine Zeit. Und es wird auch später nochmal vielleicht nicht ganz unwichtig. Der Reiseplan ist, genau, dann von der Küste geht es weiter über einen Ort namens Coria del Rio. Ein schönes, kleines, analytisches Städtchen südlich von Sevilla. Dann geht es weiter nach Sevilla und die machen so ein bisschen so eine Spanien-Rundtour. Dann von danach geht es nach Córdoba, dann nach Toledo, Getafe. Und am 20. Dezember 1614, pünktlich zu Weihnachten, kommt man in Madrid an. Da lässt sich der König ein bisschen bitten. Das dauert bis zum 30. Januar. Und dann gibt es das erste Treffen zwischen Hasekura und König Philipp III. von Spanien. Ein Enkel Karls des V. Fünften. Also um das mal bei den Habsburgern einzusortieren. Und also irgendwie, ich habe so diese kurzen Beschreibungen über ihn. Und immer wird er auf, ja, andere Historiker bezeichnen immer als den langweiligsten Monarchen ever. Also der kommt nirgendwo gut weg. Vielleicht hat er auch so ein Modsbuch geschrieben wie hier Despair. Ein ganz normaler spanischer König meines Wissens. Und am 17. Februar 1615 wird Hasekura Tsunenaga dann getauft. Und sein neuer, beziehungsweise sein christlicher Name ist dann Felipe Francisco Hasekura. Schön. Und das ist halt insgesamt, das sind ja dann acht Monate in Spanien, glaube ich. Und das ist dann halt Hände schütteln, rumgezeigt werden. Und das geht halt. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, die damals anders war. Ja, es gab diese globalen Beziehungen. Aber who boy howdy hat das alles lange gedauert. Mhm. Klar. Und dann ist man in Spanien sozusagen fertig. Und die Delegation zieht weiter Richtung Italien zum Papst. Und wegen des schlechten Wetters muss das Schiff aber im Mittelmeer, sind wir jetzt gerade, mit den Japanern, aber an der Côte d'Azur anlanden, in Saint-Tropez. Ah. Und hier sind wir auch beim Titel der heutigen Folge, der Samurai von Saint-Tropez. Sehr gut. Hallo Netflix. Ja. Ja, 50 Millionen. Ja, machen wir. Aber Dave Bautista muss mitspielen. Nein, kein Japaner. Das ist rassistisch. So, und das ist die erste dokumentierte Berührung zwischen Frankreich und Japan. Frankreich. Achso, weil sie in Saint-Tropez sind. Ja, lustig. Bonjour. Und da haben wir aus zeitgenössischen, da habe ich ein paar Sachen, da möchte ich ein bisschen länger, weil ich es witzig fand. Und weil es aber dann doch so sehr mich an meine Klischees von Japan erinnert hat. Und einfach so, wo auch dieser Ursprung vielleicht für Klischees auch ist. Und es gibt nämlich Dokumentationen dieser, also es wurde viel, hast du gerade selber auch ein Reisetagebuch geschrieben? Das ist aber verschollen. Das hätte ich so gerne gehabt. Ich hätte es so, I'd read the shit out of this. Und stattdessen haben wir halt nur Leute, die über die Japaner schreiben. Und das sind halt so ein paar pittoreske Bemerkungen. Kannst du dir vorstellen, was die bei den Japanern so bemerkenswert finden? Stell dir mal vor, so 30 Samurai? Naja, erstmal glaube ich das ganz normale, rassistische, im Sinne von, die sehen anders aus, aber sehen alle gleich aus. Ja, 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 okay, ja. Dann natürlich wahrscheinlich auch diese andere Art, sich zu kleiden. Ja. Vielleicht auch die Art des Kriegswerkzeugs, was halt irgendwie anders ist. Nicht so irgendwie Kettenrüstung oder Helm und dann irgendwie so ein Breitschwert, sondern irgendwie alles so ein bisschen eleganter und schneller. Und das wurde bemerkt, die Leute haben krass scharfe Schwerter, die Papier durchschneiden können. Also diese sozusagen diese militärische Handwerkskunst. Und auch heute noch das Katana so als Klischee. Also es gibt ja genug White-People-Dudes, die sich irgendwie so ein Katana aus dem NATO-Shop oder aus dem Rollenspielladen zu Hause hinstellen. Genau, genau. Kenn ich auch. Ja. Genau. Ja, und was sonst noch? Ja, die essen mit Stäbchen. Essen, essen komische Sachen. Die essen mit Stäbchen. Ach so. Die essen nicht mit den Händen, wie unhygienisch. Wait, wait a minute. Und dann zitiere ich hier mal, ich habe es jetzt aus einer englischen Übersetzung der Originalquelle. They blow their noses in soft silky papers the size of a hand, which they never use twice, so that they throw them on the ground after usage. Ja, Papiertaschentuch. Fand ich sehr postierlich. Das war aus dem Jahr 1615. Ja. Und ja, nach diesem unfreiwilligen Zwischenstopp geht es für Hasekura weiter nach Italien. Im November 1615 hat er eine Audienz beim Papst Paul V. Er überreicht zwei Briefe von Date Masamune, die heute noch in den vatikanischen Archiven liegen. Da geht es zum einen, hatte ich ja schon erwähnt, um die japanischen Handelsbeziehungen mit Spanien und Missionierung. Das ist erstmal beim Papst wichtiger, Missionare, Missionare, Missionare. Der Papst sagt, ja, okay. Wo kommt das denn her? Das haben wir noch nie gehört, dass die Leute selber Missionare haben wollen. Das ist ja wundervoll. Das ist wohl wirklich, das hat wohl wirklich auch mit diesem, mit dem Date zu tun. Dass der auch dem Christentum sehr zugeneigt war. Ja, und mit dem Handel delegiert der Papst und sagt, wir müssen mit dem König sprechen. So, ja, da kommen wir gerade her, da waren wir jetzt gerade ein Dreivierteljahr. Und ich glaube, nämlich mittlerweile, so langsam ziehen sie ein bisschen Wolken auf. Denn, also es wird dann gesagt, ja, aber hier der Typ, der die Briefe geschrieben hat, das ist ja gar nicht der Kaiser und auch gar nicht der Shogun. So, man war das nicht gewohnt, dass da irgendwie was delegiert wird und sagt, nee, wir wollen hier nur mit dem Sea-Level sprechen. Und auf der anderen Seite sind ihnen aber gedämmert, weil zu dieser Zeit ging es nämlich gerade auch los, dass die, dass so die, die Offenheit gegenüber christlichen Missionaren in Japan auch weniger wurde. Und irgendwann 1815 sind diese Missionaren nämlich auch, 16, Entschuldigung, 1615 sind diese Missionaren nämlich auch rausgeschmissen worden aus Japan. Während, was doch aber die Leute da in Europa gar nicht mitgekriegt haben können. Naja, die haben, das ist nicht, eigentlich alles hat so ewig gedauert. Also es hat schon, die Bautista kam ja zurück aus Japan, selbst wenn es nur das eine Schiff war. Also die News Travels slow, aber immerhin noch schneller als unser Hasekura. Ja, alles klar. Ja. Das heißt, da hat sich einfach ein bisschen der Wind gedreht, weil irgendwer gesagt hat, bei uns ist das hier zu viel Fremdeinfluss. Ja, 1616 war der Shogun gestorben und dessen Sohn, also auch erblicher Militärherrscher, der war extrem xenophob und gegen Christentum. Und ja, da kann man eigentlich schon in Richtung Ende langsam abbiegen. Man fragt sich an der Geschichte oder ich frage mich an der Geschichte immer mal so, where did it all go wrong? Und bei dieser Geschichte kann man relativ genau drauf zeigen, die sind halt losgefahren mit einer Mission und zu Hause hat sich halt der Wind gedreht, das Blatt gewendet oder sowas. Ja, und das passiert nämlich gerade. Also die finden den alle super in Europa. Und ich zeige jetzt mal, ich verlinke das auch, für euch verlinke ich das auch in den Shownotes, aber dir zeige ich es jetzt gerade nochmal. Das ist ein Bild von ihm gemalt in Rom. Das ist eine sehr bemerkenswerte Tracht, die er da anhat. Sehr farben. Würdest du kurz beschreiben? Also man sieht einen pluderhosigen Ganzkörperumhang, möchte ich mal auf den ersten Blick sagen, in der weiß ist mit, wie heißt das, sind das Reispflanzen? Ne, was sind das für Pflanzen? Plurale Muster, Punkt. So schilfgedöhnt mit so ein paar schicken Kreis, also so ein bisschen wie so ein modernes Fußballtrikot, so ein All-Over-Print über den Oberkörper rüber. Dann hat er natürlich noch irgendwas hängen, wo so ein Schwert dran sitzt wahrscheinlich. Ja, zwei. Man sieht ja die zwei Schwerter, das ist ja da das Ding. Zwei Schwerter, beide parallel aber in seinem Hosenbund schicken ganz genau. Es ist nur noch so ein Umhang darüber, aber vor allem eben dieses Weiße mit farbigen Pflanzen und diesen Strichapplikationen und dazu so ein schicker schwarzer Ärmel. Das sieht ja elegant aus. Und ein Schal. Ja. Oder es ist einfach nur so ein Tuch. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, das hat schon was für sich. Hier haben wir ihn nochmal. Ui, jetzt ist er christlich. Hier haben wir ihn nochmal in einem schwarzen europäischen Gewand. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er doch gerade frisch getauft. Jetzt macht er auch kein lachendes Gesicht mehr, sondern sehr traurig. Er hat auch keine, er hat auch keine super europäisch aus mit seinen Koteletten und seinem Schnauz. Hinten sieht man noch den Dutz. Das stimmt und vor allem hat er seine Hände so in faltender Haltung und er sieht sehr, sehr gläubig aus und unterwürfig aus. Er betet gerade und links hast du im Bild, hast du einen Kruzifix mit dem, mit hier Jesus. Stimmt. Ah, ich blindfisch. Ja, er betet gerade das Kreuz. Ich nehme alles zurück. Und das hier ist eine, ich weiß nicht, ist es eine Illustration. Das gibt es auch in der deutschen Ausgabe, die dann vom lateinischen Original ins Deutsche übersetzt wurde. Ist das ein Bild, da sieht er ein bisschen dicker aus. Hat aber auch hier, das ist sowas ähnliches, hat diese weiten Hosen an mit auch wieder diesem Schal umgehängt. Ja. Aber nur ein Schwert in diesem Fall zu sehen. Das könnte schon eher der gleiche Style sein wie auf diesem schönen, bunten Bild. Ja, und das ist sozusagen das erste Stück deutschsprachige Samurai-Literatur. Ja. Gut. Ja. Ich sagte es ja, der Wind hatte sich wirklich extrem gedreht. Jetzt war keiner mehr unterwegs. Also die Leute, die unterwegs waren, die hatten nach wie vor noch Bock auf Christianisierung. Aber in Japan selber gab es Christenverfolgung. Adlige mussten sozusagen wieder zurückkonvertieren und das Christentum verleugnen unter Androhung der Hinrichtung. Und sozusagen ihre ganzen Gefolge mussten auch wieder sozusagen den Glauben wechseln. Das heißt, die Missionare, die da waren, wurden auch irgendwie höflich des Landes verwiesen oder wurden die gleichen Kopf kürzer gemacht? Ja, eine erste Durchsage gehen sie bitte freiwillig. Zweite Durchsage ist dann schon nicht mehr so freundlich. Und dann werden die zwei Schwerter rausgeholt. Ich weiß nicht genau, tut mir leid. Aber auf jeden Fall ist dann mit Missionierung Feierabend und, was da gleich am Anfang drüber gesprochen, diese Abschottung. Diese Abschottung hat einen Namen, das heißt Sagoku und die wurde 1635, also nicht ganz so weit nach unserer Geschichte, dann vollständig durchgesetzt. Und da kam keiner mehr rein, keiner mehr raus, bis halt ins 19. Jahrhundert, bis die Amis mit den Kanonenboden vorgefahren sind. Achso, das ging wirklich, das ging dann los? Unter dem Eindruck, dass die die ganze Zeit irgendwelche Europäer da in Südostasien haben, rumhasseln sehen oder im Stress mit China oder? Ich habe dem Ideologischen da nicht hinter... Weil die einfach gestunken haben, die Europäer. Die südlichen Barbaren, ja. Ich glaube, dieser Viscainu war einfach ungewaschen, aber die anderen weiß ich nicht. Dem ideologischen Hintergrund des Ganzen bin ich nicht weiter auf die Spur gegangen. Es ist dann einfach so passiert und es gab dann diese Abschottung und man wollte damit jetzt einfach nichts mehr zu tun haben. Und ja, das war so ein bisschen diese Expedition, so ein Stoßlüften der Weltgeschichte. So mal fünf Minuten frische Luft reingelassen, hier und da gewesen. Oh, schnell wieder zu. Und dann wieder in den eigenen Miefen. Genau, dann wieder im eigenen Miefen gesessen, 200 Jahre. Nein, ey, Entschuldigung, das ist alles so polemisch heute. Die werden da sich auch ihre Zwecke gesetzt haben, was sie mit dieser Isolation wollen und die auch durchgesetzt haben. Und dann, wenn sie ihren Zielen nicht entsprochen hätten, dann hätten sie auch relativ zügig damit aufgehört. Ja, was unser Hasekura Tsunenaga angeht, der kam ja frisch getauft zurück und da hieß es, ja, das machen wir jetzt hier nicht mehr. Ja, doof. Wir wissen nicht genau, was mit ihm selber passiert ist, außer dass er 1622, also zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus Europa, beziehungsweise Amerika, da ist er gestorben. Und wir wissen noch nicht, wie. Seine Söhne sind wohl, sollten dem Christentum abschwören, haben das irgendwie nicht gemacht und sind dann deswegen getötet worden. Und ja, sein Lehnsherr, der Date, der hat dem Christentum abgeschworen. Der sagte, den machen wir nicht. Also vielleicht heimlich nochmal in der Familie nochmal ab und zu mal den Rosenkranz rausgeholt, wissen wir. Also es gibt so Gerüchte, dass seine Tochter noch gläubige Christin gewesen ist. Aber er hat dann bis 1636 gelebt. Die beiden sind ungefähr gleich alt gewesen. Ja, und das führt uns aber jetzt auch schon langsam zu den Nachwirkungen und zur popkulturellen Verarbeitung. Ja, und für mich ist diese ganze Geschichte so ein... Ja, wir hatten schon mal... Hallo Netflix. Ja, ja. Ja, also Marco Polo... War Marco Polo nicht sogar die allererste Netflix-Serie? Das war eine frühe... Ich weiß nicht, ob die das selber produziert oder eingekauft hat. Ich glaube, damit haben die zumindest irgendwie ihren Laden aufgemacht hier in Deutschland oder in Europa. Ich erinnere das, da hatten wir früh Netflix und ich erinnere noch, das lief um Weihnachten rum. Da habe ich gedacht, ach krass, das ist ja wie früher die... So wie früher die Mehrteiler, zum Beispiel Shogun mit... Genau. Ist das nicht Richard Champlain? Und Shogun ist schon... Das habe ich nämlich eben auch schon mal nachgegoogelt ganz schnell. Weil Shogun ist ja... Nee, weil ich da eigentlich drüber reden wollte, als es über die unzivilisierten Europäer ging. Shogun, auch die Serie ist schon nach dem Buch gemacht worden. Weil die habe ich nämlich nie gesehen. Und spielt die auch dann in der Zeit. Weil Shogun ist ja das große Werk von dem Clavel. Wie heißt der mit Vornamen? James Clavel. Und von dem habe ich nämlich Taipan gelesen, was ein fantastisches Buch ist. Was ich nicht jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Da geht es halt um die Geschichte von Hongkong und die Gründung von Hongkong. Das spielt halt im 19. Jahrhundert. Und noch englische Seefahrer-Dynastie, also Handler-Dynastie, die da in... Da, wo Hongkong gegründet wird, halt irgendwie aufbaut. Und die ganzen Beziehungen da zum chinesischen Hof. Und was die da alle an Kultur haben. Und die Europäer sind alle so dreckig und schrecklich. Und das hat mich total daran erinnert. Und der Clavel ist offensichtlich so ein Asiatenkenner. Weil der hat halt Shogun, ist glaube ich sein bekanntestes Werk. Und geht es dann um die Zeit? Tja, das ist eine gute Frage. Eine exzellente Frage geradezu. Ich glaube, als das im Fernsehen lief, habe ich im Wohnzimmer auf dem Berber-Teppich gesessen und Lego gebaut. Oder Playmo gespielt. Es gibt auch andere Spielwaren. Historisches Vorbild des Romans waren die Erlebnisse des englischen Navigators William Adams, der 1600 in den Diensten einer holländischen Handel-Expedition die Küste Japans erreicht. Und auch heute noch sozusagen seine Nachwirkungen. Es gibt Statuen von ihm. Eine auf Kuba. Eine in Acapulco. Nee, warte, es sind mehr als drei. Eine in Italien in einem auch schwierig auszusprechenden Ort nördlich von Rom. Ja, in Rom. Okay, wir sagen in Rom. Und in Coria del Rio. Darüber hatte ich gesprochen. Das ist südlich von Sevilla. Und die waren ja dann jetzt, diese ganzen Japaner, die waren ja dann einfach jetzt ewig lange in Europa. Und das fand ich halt so toll. Es sind wohl in Coria del Rio gibt es auch heute noch etwa 700 EinwohnerInnen der Stadt mit dem Nachnamen Japon. Ach was. Und das sind Nachfahren von drei Samurai, die da geblieben sind wegen der Senioritas. Das ist toll. Das ist toll. Die, wenn du die ganze Zeit immer nur mit Dudes unterwegs bist, südliche Barbaren, irgendwelche Händler und dann noch andere Typen irgendwie mit zwei Schwertern. Boring, ja? Ja, vor allem, vor allem, und das hatten wir in anderen Geschichten ja auch schon, dass du natürlich, wenn du schon so eine krasse Tour hinter dir hast und da irgendwie eineinhalb Jahre irgendwo anders gelandet bist, vielleicht hält dich zu Hause, also vielleicht bist du auch so drauf, dass du sagst, warum soll ich denn zurück in das, wo es für mich eh nicht viel gibt? Und hier habe ich was ganz Neues und hier finde ich es gerade geil. Ja, hier haben die Leute alle viel stumpfere Schwerter. In dem Hafen, in einem auch schwierig auszusprechenden Ort, von wo Hasekura mit der Bautista losgesegelt ist, steht heute eine 1 zu 1 Replika der San Juan Bautista in so einem Freizeit-Historischen Freilichtmuseum, sagt man da. Und das kann man sich in Japan angucken. HörerInnenreise. Es gibt, du sprachst ja aber von tatsächlich Popkultur, es gibt einen Roman von 1980 von Shusaku Endo mit dem Titel Der Samurai und der basiert auf diesen Reisen. Und wie gesagt, wir haben das Tagebuch von ihm nicht, aber wir haben halt viel gedönst, was die Europäer so über die reisenden JapanerInnen, äh nicht JapanerInnen als Typen, ähm gemacht haben. Ja, und sonst haben wir da ziemlich wenig. Jetzt so richtig die, ähm, die Geschichte, ja, ist halt auch kein, nicht so wirklich so ein Happy End, aber wie gesagt, Netflix ruft mich an, ich hab da eine Idee. Es gibt ein Album von Rodrigo Rodriguez, The Road of Hasekura zu Nenaga. Guck mal hier, da kannst du ja mal durch, durch, mit dem Cover von dem Bild, was du mir gerade gezeigt hast. Von dem Hakenkreuz? Nee, nee, mit dem, der, seine schöne, seine schöne Phase. Das sieht schön aus, ja. Dave Bautista hatte weniger Glück. Der spielt im nächsten Monat im neuen Werk von M. Night Charlatan mit. Ich finde ja nicht so toll, die Filme von dem. M. Night Charlatan, der hat also Sixth Sense gemacht und noch so ganz viel The Village 2004 und der hat jetzt was Neues, kommt irgendwie nächsten Monat 20, 2023 auf Netflix und da spielt er auch wieder. Hörst du aus, in der Fraktion, wo ich dachte, dass ich der einzige Vertreter bin, der Sixth Sense, ein total überbewerteter Typ? Oh, ich fand den nicht so toll, aber ich muss auch gestehen, ich hab den, ähm, nach der Auflösung. Bruce Willis ist die ganze Zeit tot. Dumbledore stirbt am Ende. Japan macht die Grenzen zu. So, jetzt haben wir alles gespoilert. Genau. Okay, ähm, ja, war's für heute. Ganz schön lang geworden. Ich danke euch und ich danke dir vor allen Dingen für die Geduld und, ähm, Ja, es ist toll. Solche Geschichten höre ich total gerne, wie gesagt, weil, weil gerade, wenn man so diese klassische europäische Geschichtsausbildung hat, sieht man das immer nur in dieser Richtung und einen klitzekleinen Einblick mal in die andere Richtung zu kriegen, das finde ich das. Ja, es war ja natürlich auch schon europäisch gefärbt, weil wir haben ihn ja jetzt nicht aus seiner, aus seinen eigenen Worten gehört, sondern auch wieder nur aus der Betrachtung von anderen White People über ihn, aber, ja, ich finde das auch, ich habe ja auch einmal zum einen sowieso diesen Japan-Fimmel und dann habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Pieces dazugelernt und ich danke euch, dass ihr bei diesem kleinen Lernprozess mit dabei wart, weil wir ja jetzt wirklich noch nicht so in der historischen Tiefe waren wie in irgendwelchen Spezialgebieten von mir. Ähm, nichtsdestotrotz, nächste Woche, also wenn ihr irgendwelche Fehler gefunden habt, sagt uns echt gerne Bescheid oder Aussprachen, irgendwas, ja, wir lernen ja auch immer gerne dazu. Let us know und wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder pünktlich am Dienstag mit einer kürzeren Fußnotenfolge, da machen wir dann vielleicht nochmal hier ein paar Korrekturen und ich habe ein kleines wildes Thema, da sind wir im 20. Jahrhundert, aber auch in Asien. Sehr schön. Sehr schön. Und bis dahin, macht's gut, bleibt uns gewogen und ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.